Estefania Wollny hat mit einer Neuerung für Begeisterung gesorgt. Was das mit Pietro Lombardi zu tun hat, liest du hier. Endlich gibt es bei den Wollnys etwas Neues, das nicht mit Stress und Streit zu tun hat. Auf Estefania Wollnys Instagram-Profil hat sich nämlich etwas getan. Und das freut Fans nach der langen Wollny-Durststrecke, während des Wartens auf neue Folgen von die Wollnys, eine schrecklich große Familie, besonders. Estefania Wollny sorgt für Überraschung. 2019 nahm Silvia Wollnys zweitjüngste Tochter Estefania Wollny als Kandidatin an RTLs Casting-Format Deutschland sucht den Superstar, Teil und stellte sich dem strengen Urteil von Dieter Bohlen. Auch der einstige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi, der aktuell mit seiner Verlobten Laura Maria Reiper, ein Baby, und somit sein drittes Kind, erwartet, saß damals in der Jury. Weit kam Este damals nicht, doch Pietro scheint einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Seit ihrem RTL-Auftritt treibt die 21-Jährige zwar mit viel Elan ihre Gesangskarriere voran, hatte immer mal wieder kleinere Auftritte im Laden ihrer Mutter, in der Türkei, oder Konzerte auf größeren Bühnen. Was es jedoch selten gab, spontane Gesangseinlagen in der RTL-2-Sendung oder auf Instagram. Das scheint sich nun zu ändern, denn ganz nach dem Vorbild von Pietro Lombardi, hat sich Estefania Wollny kürzlich mit der Darbietung eines gecoverten Songs auf Instagram bei ihren Fans gemeldet. Die Wollnys, star Estefania Wollny tut es Pietro Lombardi gleich und begeistert mit Neuerung. Der, phänomenal, Interpret ist dafür bekannt, sich regelmäßig, gerne nach Mitternacht, bei seinen Fans zu melden und sie mit kleineren Gesangsdarbietungen zu unterhalten. Mit seinen Songkauern will Pietro Lombardi beweisen, dass er gesanglich noch immer eine große Bandbreite vorzuweisen hat. Jetzt ist Estefania Wollny dran. In einen schlichten schwarzen Pullover gehüllt, trat sie am 24. Januar 2024 vor ihre Handykamera und trällerte ihre eigene Version von Milanos, anderer Mann. Während ihre Konzerte eher gemischte Reaktionen hervorriefen, scheinen sich die Fans diesmal einig zu sein, dass die Darbietung eine gute Idee war. Klar, ein paar negative Reaktionen wie, es klingt fast alles irgendwie gleich, muss sich die 21-Jährige auch anhören. Doch die meisten FollowerInnen und Follower scheinen sich über die Cover-Song-Initiative zu freuen. Wir sind gespannt, ob sich Estefania Wollny künftig häufiger ein Beispiel an Vorbild Pietro Lombardi nimmt.